hallo folgender fall du hast ein video und du möchtest es screenshotten und jetzt stellt sich natürlich die frage wie geht das am einfachsten und aus meiner sicht geht das am einfachsten mit der bash nämlich mit ffmpeg und den befehl den du dazu brauchst den schreibe ich dir jetzt mal hier hin ffmpeg das ist der befehl dann sage ich jetzt welche datei als minus i und die datei heißt video.mp4 bei mir minus vf jetzt muss ich die frames angeben jetzt ist halt die frage in welchem rhythmus möchte ich ein screenshot machen wenn ich eins mache dann macht er alle eine sekunde wenn ich sage zwei dann macht halt zwei screenshots pro sekunde aber bei langen videos will man ja wahrscheinlich eher weniger screenshots haben dann muss ich jetzt eben in die teilung gehen das heißt bei 0,5 alle zwei sekunden oder bei 0,1 eben alle zehn sekunden achtung englisches system ich muss hier den punkt statt dem komma nehmen dann sage ich ihm jetzt eben noch wie viel frames ich benötige und dazu muss ich wissen wie lang das video ist das video das ich jetzt hier habe ist knapp drei minuten das heißt wenn ich alle zehn sekunden ein screenshot machen möchte habe ich bei 60 sekunden eben sechs screenshots und bei drei minuten eben 18 screenshots und danach muss ich noch einen dateinamen vergeben und damit jetzt natürlich nicht jedes jeder screenshot screenshot punkt png heißt sondern eben screenshot 1 screenshot 2 screenshots 3 muss ich jetzt einen platzhalter vergeben der wird fängt an mit prozent und jetzt sage ich eben wie viele stellen er haben soll zum beispiel drei in dem fall mit 18 würde auch zwei reichen die steht dann mit für dezimal und dann png ja und wie lange wird wohl schon drei minuten video dauern um da ein paar screenshots rauszumachen gar nicht lang so hier sieht man schon die screenshots die kann man sich auch anschauen jetzt ist halt dieses video gescreenshottet worden also alles kein größeres problem so schnell und einfach lässt sich das bewerkstelligen das war es mit diesem tipp macht's gut ciao